Was ist die österliche Menschen, die mit Osteraugen, das eigene Leben, die Biografie, die Mitmenschen, die Mitwelt sehen? Dass ich mit solchen Gemeinschaften haben kann, die eben die Ostererfahrung haben, die ein persönliches Ostern kennen. Ich möchte zu Wort kommen lassen, einen Mitbruder von uns, den Bruder Lorenz von der Auferstehung, Nikolaus Herrmann. Wie er zivil geheißen hat, der gelebt hat in der Zeit zwischen 1614 und 1691. In Lothringen geboren als Sohn guter und frommer Eltern, musste er als Soldat damals im Dreißigjährigen Krieg dienen. Er wurde verwundet, ist deshalb zu den Eltern heimgekehrt und die Verwundung war ausschlaggebend, dass er den Kriegsdienst verlassen hat und sich um ein heiliges, heiligeres Leben bemüht hat. Er hat ein Vorbild, da gibt es einen wohlhabenden Mann, der den großen Reichtum zurückgelassen hat und diesen Menschen kennt Nikolaus Herrmann persönlich. Von dem ist er sehr beeindruckt, dieser reiche Mann hat den Reichtum zurückgelassen und sich in die Einsamkeit zurückgezogen. Das beeindruckt und inspiriert Nikolaus und er will selbst als Einsiedler leben. Er merkt jedoch bald, dass dieser Weg für ihn nicht der persönlich passende ist und bittet dann um Aufnahme bei den Karmeliten in Paris. Dort wohnt, dort lebt, schon ein Onkel von ihm und durch die Aufnahme in den Karmel, 26-jährig, bekommt er den Namen Bruder Lorenz von der Auferstehung. Mir gefällt auch dieses Prädikat von der Auferstehung, weil das ja auch ein österliches Prädikat ist. Und es ja auch für den Christen ganz wichtig ist, dass er nicht nur den leidenden und gekreuzigten Herrn vor Augen hat, sondern unbedingt auch den Auferstandenen vor Augen hat. Weil das ist ja das Eigentliche, das Leben des Auferstandenen. Leiden, sterben ist Durchgang hin zur Herrlichkeit des Auferstandenen. 77-jährig ist Bruder Lorenz am 12. Februar 1691 verstorben. Im Kloster hat er sich mit sehr, sehr großem Engagement und Einsatz mit großer Liebe dem geistlichen Leben gewidmet. Er war ein sehr gutes Vorbild für seine Mitnovizen und hat sich mit großem Eifer den Werken der Buße auch gewidmet. Die Oberen haben ihm oft zu den niedrigsten Diensten herangezogen. Er hat aber das auf sich genommen. Er hat von sich aus einen extremen Eifer gehabt, der ihm auch in eine Krise, in einen Konflikt gebracht hat, in innere Leiden. Aber seine Größe zeigt sich darin, und das gefällt mir sehr gut. Es hat ein Mitbruder zu ihm gesagt, dass er gehört hat, man will ihn aus dem Kloster wegschicken, weil er nicht geeignet sei. Darauf antwortet er, ich bin in Gottes Hand. Er mache mit mir, was ihm gefällt. Ich sehe in meinem Tun nicht auf irgendwelche Menschen. Wenn ich dem Herrn nicht hier diene, so diene ich ihm an einem anderen Ort. Sehr verfügbar, sehr beweglich, sehr vorbildlich. Also wenn jetzt die Verantwortlichen feststellen, hier passt es nicht für mich, na, dann passt es woanders. Diene ich dem Herrn an einem anderen Ort. Das spricht für Größe, das spricht für Vertrauen zu Gott, das spricht für Verfügbarkeit und Liebe zu Gott. Sein radikaler Einsatz hat ihn auch in innere Leiden versetzt, die einerseits auch eine Reinigung waren, aber andererseits auch sehr gefährlich waren, denn er betrachtete sehr intensiv die Sünden seines vergangenen Lebens. Und wenn das in einer Einseitigkeit geschieht, dann kann das den Menschen daran hindern, auch heil zu werden. Die heilige Therese von Lisieux sagte mal, also nicht durch das Betrachten der eigenen Ohnmacht und des eigenen Elends, sagt sie, nicht das führt uns zur Heiligkeit, sondern der Blick auf den Herrn. Die Beziehung zu Jesus, das führt uns zum Heiligwerden und nicht die Betrachtung des eigenen Elends. Bruder Lorenz ist sich sehr klein und verächtlich vorgekommen, sodass er sich auch der kleinsten Liebeserweise Gottes für unwürdig erachtet hat. Irgendwie muss man natürlich immer sagen, wir sind nicht würdig. Und trotzdem, Gott hat uns würdig gemacht. Und er will, dass er ganz intensive Gemeinschaft, ja Einheit mit uns leben kann. Das gehört auch zum Vertrauen, das gehört auch zum Glauben, das ist auch Ausdruck der Liebe Gottes, dass wir uns beschenken lassen, dass wir uns, sagen wir, als würdig erachten, von ihm geliebt, von ihm beschenkt zu werden. Es ist seine Wahl. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt, sagt Jesus einmal. Er ist manchmal sehr ratlos gewesen, hat innere Qualen erlitten. Und schließlich wurde er doch hindurchgeführt durch diese Krise. Und wir wissen es, was die Botschaft dieses Bruder Lorenz von der Auferstehung geworden ist. Er ist nicht heilig gesprochen, er ist nicht selig gesprochen. Er war ein einfacher Mitbruder, auch nicht Priester. Er hat in der Küche und in der Schusterei gearbeitet, war für alle Dienste im Kloster zur Verfügung. Seine Botschaft war, die Freude, das Glück, der Sinn des Lebens besteht darin, stets in der Gegenwart des Herrn zu leben. Und wenn wir nun davon ausgehen, dass der Auferstandene gegenwärtig ist und sich da verwirklicht, was Gott dem Mose durch den Dornbusch gesagt hat, nämlich, ich bin da. Jetzt ist der Auferstandene da. Er sagt ja, ich bin bei euch alle Tage. Und dieser Auferstandene, der sagt, eben, ich bin bei euch und ich gebe euch das Leben. Nun, in der Gegenwart des Auferstandenen ganz gegenwärtig sein, das ist unser Thema. Dass auch wir so gegenwärtig sind, so präsent sind, wie der Auferstandene selbst. Der Apostel Paulus sagt, in der Apostelgeschichte erklärt er in einer Predigt den Griechen in Athen, dass wir in Gott leben. In ihm sind wir, bewegen wir uns und leben wir. Also wir sind in Gott. Wir sind in Gottes Liebe, wir sind in Gottes Gnade geborgen. Und jetzt liegt es an uns, dass wir Gottes Gegenwart, Gottes Liebe, Gottes Gnade auf uns, in uns und mit uns wirken lassen. Im Psalm 139 hören wir, dass Gott uns von allen Seiten umgibt und dass er überall gegenwärtig ist. In Psalm 16 heißt es, ich schaue auf dich und nun, dieser Bruder Lorenz hat uns gesagt, dass, wenn er Prediger wäre, so würde er über nichts anderes als über die Übung der Gegenwart Gottes predigen. Die Übung der Gegenwart Gottes wäre sein Thema. Wäre ich ein Seelenführer, so würde ich jedermann zu dieser Gewohnheit raten. Für so notwendig und für so leicht halte ich sie. An eine Ordensfrau schreibt Bruder Lorenz, wenige Monate vor seinem eigenen Sterben, also vor seinem eigenen Heimgehen, was mich in diesem Leben tröstet, ist, dass ich Gott durch den Glauben schaue. Und zwar auf eine Art, dass ich manchmal fast sagen könnte, ich glaube nicht mehr, sondern ich sehe. Ich erfahre, was der Glaube lehrt. Bruder Lorenz ist sich dessen bewusst und seine persönliche Biografie hat es ihm gelehrt, dass der Mensch selbst sich auf diese Gegenwart Gottes einstellen kann und muss und er auf diese Weise sich sensibilisiert für das, was Gott ihm sagt, zeigt und schenkt. Wir könnten unterscheiden zwischen dem, was auch Bruder Lorenz manchmal unterscheidet, nämlich einerseits spricht er von der Gegenwart Gottes und das andere ist die Übung der Gegenwart Gottes. Unter der Übung der Gegenwart Gottes, was ja auch unser Thema ist, versteht Bruder Lorenz, dass der Mensch seinen Geist Gott zuwendet, dass er sich erinnert, dass er sich erinnert an das, was Gott für ihn getan hat, dass er sich an die Heilsgeschichte durch die Heilige Schrift uns übermittelt, erinnert, dass er daran denkt, dass Gott gegenwärtig ist. Es ist also die Übung unseres Geistes, um sich der Wirklichkeit Gottes tief bewusst zu werden. Und wir könnten ja dieses Bewusstwerden auch erklären damit, Es geht um ein Kennenlernen, um ein Erkennen, um ein Anerkennen und im biblischen Sinn hat das alles mit Liebe zu tun. Und wenn ich etwas kenne oder jemanden kenne, ist dieser jemand irgendwie in meinem Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist jetzt umfassender als der einzelne Gedanke. Also das Bewusstsein, das ein Mensch hat, ist größer, ist umfassender und der Mensch lebt in einem Bewusstsein der Gegenwart Gottes zum Beispiel. Ich lebe in dem Bewusstsein, dass verschiedene Menschen mit mir befreundet sind, ich mit ihnen. Ich lebe in dem Bewusstsein, dass ich geliebt werde von Gott und Mensch. Und aus diesem Bewusstsein kann dann ein einzelner Gedanke kommen. Einerseits fördern die einzelnen Gedanken das Bewusstsein. Und in der Gottesbeziehung ist natürlich das ganz große Thema, also Gott selbst. Es kann diese Gegenwart Gottes, in der wir leben, von Menschen irgendwie wahrgenommen werden, durch ein klares und deutliches Erkennen. Das heißt eine tiefe innere Einsicht, ein tiefes Bewusstsein. Ja, wir kennen es aus der Osterbotschaft, Frieden, Freude, Jubel, Versöhnung, Erlösung nennen wir es. Das ist alles erlebbar, das ist alles ein Bewusstsein auch. Es geht um einen liebevollen Blick auf Gott. Wir kennen diese Unterscheidung auch aus den Schriften des heiligen Johannes von Kreuz, der einerseits davon spricht, dass ich einzelne Ereignisse aus der Heilsgeschichte, aus dem Leben Jesu betrachten kann, meditieren kann. Da schaue ich mir einzelne Ereignisse an, das ist das eine. Johannes von Kreuz will aber auch, dass wir voranschreiten zu einem, sagen wir mal, allgemeinen Bewusstsein. Und er verwendet dann so Worte wie allgemeines Liebendes Erkennen. Und damit meint er eine Art kontemplative Lebensweise oder Gebetsweise, Gebetsform, in welcher der Menschengeist nicht mehr irgendwelche Details aus dem Leben Jesu oder aus der Heilsgeschichte, aus dem Leben des Volkes Israel anschaut, im Geiste. Nein, er ist ganz in der Gegenwart. Schaut weder eben Details aus der Heilsgeschichte an, noch Details des eigenen Lebens, sondern er weiß sich in der Gegenwart Gottes, also Gott ist gegenwärtig und er, der Betende, ist gegenwärtig. Gott liebt den Betenden und der Betende liebt Gott. Das nennt Johannes von Kreuz so das allgemeine Liebende Erkennen. Und da erholt sich die Seele, da bekommt die Seele Licht, da wird die Seele gestärkt, da findet sie zum Frieden, da wächst das Bewusstsein der Seele. Und dorthin will uns Bruder Lorenz auf eine sehr einfache Weise führen. Ziel ist, dass das Vertrauen zu Gott das Leben mit Gott wächst. So schreibt er, es ist nötig, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen und alle anderen Sorgen beiseite lassen und sogar besondere Formen der Andacht aufgeben, die an sich recht gut sein mögen, mit denen man sich aber oft unnötigerweise belastet. Also, er ist da sehr mutig einerseits, andererseits schaut er sehr genau hin. Und genau das genaue Hinschauen lässt ihn so präzise formulieren und lässt ihn auch so mutig sein, weil er so gut unterscheiden kann. Dass es nämlich, wie er beobachtet, auch bei anderen, nicht nur bei sich, dass es Andachtsformen gibt, die grundsätzlich gut sind, die aber für den Menschen nicht automatisch weiterführend sind, nicht automatisch vertiefend sind, und zwar, weil es passieren kann, dass der Mensch wieder bei bestimmten Vorstellungen, Bildern, bei bestimmten, sag ich mal, Mustern und Strukturen, ja, bei gewissen Formulierungen hängen bleibt und diese Formulierungen, Muster, Strukturen, Vorbildungen, Vorstellungen, können ihn letztlich wieder beeinträchtigen, können ihn wieder einsperren. Und Ziel ist, dass wir weitergeführt werden, weitergeführt werden in die immer größere Freiheit der Kinder Gottes. In welcher einzig das Gesetz der Liebe, das Gesetz der Gnade, das Gesetz der Kinder Gottes wirksam ist, das Gesetz des Geistes. Also, das sind Worte, wie sie auch der Apostel Paulus verwendet, nämlich, der spricht vom Gesetz der Gnade, vom Gesetz des Geistes. Und wer die Liebe erfüllt, hat das Gesetz verwirklicht. Aber bedenken wir, Geist, Gnade, Liebe, das sind Inhalte, die sozusagen schwer einzufangen sind. und das sind Worte, die einzig aus Beziehung heraus eine Bedeutung haben. Und die Beziehung ist eben wiederum ein Geschenk des Geistes. Der Geist schenkt die Beziehung. Ich wiederhole nochmals, Bruder Lorenz, Es ist nötig, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen und alle anderen Sorgen beiseite lassen und sogar besondere Formen der Andacht aufgeben, die an sich recht gut sein mögen, mit denen man sich aber oft unnötigerweise belastet. Diese Andachtsformen sind schließlich nichts anderes als Mittel, sie sind nichts anderes als Mittel, die uns helfen sollen, an das Ziel zu gelangen. Also die Andachtsformen sind Instrument, sind Weg, sind eine Hilfe, aber nicht das Ziel. Sie wollen uns helfen, an das Ziel zu gelangen. Werden wir nun, sagt Bruder Lorenz, durch die Gewohnheit der Vergegenwärtigung Gottes mit Gott, der unser Ziel ist, vereint, so ist es unnütz, zu den Mitteln zurückzukehren. Da ist ein ausgezeichneter Schüler des heiligen Johannes von Kreuz. Ob und wie weit er seine Schriften gekannt hat, weiß ich nicht, aber Johannes von Kreuz bedauert, dass es geistliche Führer gibt, die den Weg des Geistes nicht verstehen, die ihre ihm anvertrauten Kinder, geistlichen Kinder, Töchter und Söhne, wo er meint, die müsse er führen, diese werden bedauerlicherweise, sagt Johannes von Kreuz, oftmals, obwohl sie schon beim Kern sind, zurückgeführt und mit der Schale beschäftigt. weil nicht alle geistlichen Führer die Wege des Geistes verstehen und meinen, die Mitchristen werden auf dieselbe Weise geführt, wie er selber. Johannes von Kreuz erwartet, dass die geistlichen Führer sehr, sehr diszipliniert sind und sehr viel studieren, damit sie niemals meinen, der eigene Weg im geistlichen Leben müsse für andere auch der Weg sein. Gott führt auf ganz einzigartige Weise jeden Menschen und Johannes von Kreuz meint, Aufgabe des Seelenführers ist es, des geistlichen Begleiters ist es, den Menschen in eine gewisse Einsamkeit zu führen, damit er dort mit Gott alleine ist und Gott selbst sozusagen die Führung übernimmt und sich mit dem Menschen verständigt. Also der geistliche Begleiter hat sich zurückzunehmen, herauszunehmen aus der Beziehung. Also Bruder Lorenz betont, und das können wir daraus mitnehmen, er betont, dass wir unterscheiden sollen zwischen dem Mittel, das mich zum Ziel führt und dem Ziel selbst. Also Ziel ist die Vereinigung mit Gott, das tiefe Gespräch der Seele, das auch von den Gedanken nicht mehr gestört wird. Ziel ist die Vereinigung mit Gott und die Andachtsform selbst ist das Mittel dazu. Zusammenfassend und auch abschließend könnten wir mit der heiligen Teresa von Avila sagen, wähle die Gebets Form, durch welche die Liebe am meisten gemäht wird. Das ist ein entscheidendes Kriterium. Das ist Untertitelung des ZDF, 2020